Die diesjährige Rallye Monte Carlo wird in die Geschichte als Veranstaltung ohne Eis und Schnee eingehen. Die Bedingungen in den französischen Seealpen fast sommerlich. Die allradangetriebenen Fahrzeuge beim Weltmeisterschaftsauftakt diesmal nicht im Vorteil. Trotzdem wurde es eine sehr spannende Rallye, auch aus deutscher Sicht. Mehr als eine Million Zuschauer an den fünf Tagen, so groß war das Interesse der Motorsportfans noch nie. Gestartet wurde an fünf verschiedenen Orten. Jochi Kleint und Co-Pilot Walter Schleicher fuhren in Bad Homburg von der Rampe. Der Hamburger, 1981 schon einmal Dritter bei der Monte, diesmal im Lancia Delta HF Integrale in einem Gruppe A-Auto. Der Bewerber, die Firma AM aus Norderstedt. Der Chef, Walter Schleicher, selbst auf dem Beifahrersitz. Die Gesamtlänge der Rallye Monte Carlo, 3280,26 Kilometer. 26 Wertungsprüfungen, gleich 538,68 Kilometer, mussten zurückgelegt werden. Auf dem Col de Turini, nördlich von Monte Carlo, wurden gleich drei Sonderprüfungen gefahren. Die Transportetappen ungewöhnlich lang. Entferntester Punkt jenseits der Rhone in Obenas bei Mont-Te-Limar. Die französischen Seealpen, ein Bild wie im Hochsommer. Für Jochi Kleint, der gestern 42 Jahre alt wurde, begann die Rallye recht verheißungsvoll. Trotz einiger Anfangsschwierigkeiten wie hier, kam er mit dem ungewohnten Fahrzeug gut zurecht. Dieser Dreher kostet natürlich Zeit. Immerhin belegte er nach zwei Wertungsprüfungen einen Platz unter den ersten zehn Fahrern. Der Aufwand des AM-Teams bei diesem WM-Start sehr hoch. Im Dezember traf man sich gleich zweimal in Südfrankreich und absolvierte 15.000 Trainingskilometer. Jede Prüfung wurde mehrfach abgefahren und danach das Bordbuch exakt ausgearbeitet. Allein sechs Servicefahrzeuge standen Jochi Kleint und Walter Schleicher zur Verfügung. Ein Schwerpunkt, wie in jedem Jahr, die richtige Auswahl der Reifen. Das Fahrzeug wurde vom renommierten italienischen Astra-Team aufgebaut und von AM für die Rallye Monte Carlo ausgeliehen. Offiziell ca. 275 PS unter der Haube, Spitzengeschwindigkeit über 200 Kilometer in der Stunde, Allradantrieb. Jochi Kleint nach der WP2 mit dem Service nicht ganz zufrieden. Ich hatte keine Chance, die Reifen warm zu fahren. Ihr steht zu dicht vor der Zeitkontrolle. Nächstes Mal bitte mehr Abstand halten. Hallo Jochi, wie ist es bisher gelaufen? Danke, gut. Keine Schwierigkeiten? Natürlich muss man sich erstmal nach den ersten beiden ein bisschen eingewöhnen aufs Auto oder an die Reifen. Das ist natürlich klar, dass man da ein bisschen vorsichtiger angeht. Verständliche Weise, aus Gründen, ja. Kein Schnee und Eis, nix? Im Moment nicht, nein. Sehr trocken, man kann das vergleichen mit der Corsica, alle ungefähr. Co-Pilot Walter Schleicher erhält die letzten Tipps vom Eisspion für die WP3. ... in markierten Schattenecken vereist. Oh Gott. Zuschauerpunkte kehren leicht vereist, teilweise stark vereist daran. Jetzt gucken wir hier gerade noch mal kurz die Einzelposition, weil du den Schrieb ja mitnimmst. Walter Schleicher, Jahrgang 1940, engagierte Jochi Klein vergangenes Jahr für AM. Beide fuhren Mir-Rallys miteinander. Ihr größter Erfolg, Platz drei bei der Dreistädter-Rallye, einem Lauf zur Internationalen Deutschen Meisterschaft. Auf geht's in die Wertungsprüfung drei. Noch lächelt Jochi Klein. Eine Stunde später war ihm ganz anders zumute. Noch einmal der Hamburger Ex-Europameister in voller Aktion. Die Zuschauer auch diesmal nicht immer diszipliniert. Die Leute stehen einfach zu dicht an der Strecke. Das Ziel nach der ersten Tagesetappe nach sechs WPs, Obenas jenseits der Rune. Das erste Fahrzeug erreichte kurz nach 8 Uhr den Park Vermeer. Auch hier Volksfeststimmung. Die Aktiven wurden mit viel Beifall empfangen. Mit der Nummer eins, Titelverteidiger Massimo Biasong. Während Wagen auf Wagen ins Ziel rollt, fehlte Jochi Klein. Klaus Wicher, der Co-Pilot von Arnim Schwarz, wollte die Neuigkeit nicht glauben. Echt? Vierte Sonderprüfung, überschlagen. Na, sechs Kilometer pro Fuß von vier. Ja. Richtig raus. Richtig raus. Und, was passiert? Nein, das ist klar weiter. Wo ist das? Jochi Klein und Walter Schleicher also aus dem Rennen. Nun trugen nur noch Arnim Schwarz und Klaus Wicher die deutschen Hoffnung. Der nächste Morgen in Obenas. Der Park Vermeer leider ohne den Lancia Delta von Jochi Klein und Walter Schleicher. Jochi Klein, Sie haben ja leider das Ziel, das erste Etappenziel in Obenas nicht erreicht. Auf der vierten Wertungsprüfung ausgefallen, wie ist das geschehen? Ja, wir waren also am Ende der Prüfung und ungefähr drei, vier Kilometer vor Schluss und ein sehr schnelles Bergabstück und mit leichten Bodenwellen. Das Auto wurde sehr nervös und ich habe dann die Strecke verlassen müssen. Und zwar bin ich noch an einen Wall gefahren und dadurch rückwärts in einen Graben und zwei oder dreimal haben wir uns überschlagen. So sah der Wagen nach dem Unfall aus. Gott sei Dank kam Jochi Klein und Beifahrer Walter Schleicher mit dem Schrecken davon. Der Käfig im Innern des Autos bewahrte beide vor Verletzungen. Pech also für den Hamburger, der doch so verheißungsvoll in die Ralle Monte Carlo gestartet war. Wir waren also immer unter den ersten zehn im Gesamtklassement und die Sonderprüfungszeiten waren hervorragend. Das Auto lief auch gut und wir haben halt hier Pech gehabt. Wir wissen die Ursache noch nicht, warum wir rausgeflogen sind. Wir werden das erforschen am Auto und dann wissen wir mehr. Erfolgreicher fuhr das Team Arnim Schwarz aus Franken und Beifahrer Klaus Wicher aus Bad Karlshafen an der Weser. Für den 26-jährigen Schwarz war es die erste Monte überhaupt und ein gelungenes Debüt im Toyota-Werksteam. Platz fünf am Ende, ein hervorragendes Ergebnis. An ihm Schwarz, und da sind sich die Fachleute einig, kann einmal der Nachfolger von Walter Röhrl werden. Der ist voll. Ich bin immer nur so um 80 bis 90 Prozent gefahren. Ich wollte unbedingt ins Ziel kommen. Probleme mit dem Toyota Scheliker Turbo gab es keine. Das Auto ist prima, ich bin sehr zufrieden damit. Und ich muss mich jetzt erst einmal ein bisschen herantasten, wo das Auto seine Grenzen hat. Und ich kann nur im relativ sicheren Bereich fahren und es geht sehr gut. Der sympathische Arnim Schwarz bedauerte es außerordentlich, dass Jochi Kleint von der Piste kam. Leider, leider. Ich habe ja sehr gute Freundschaft mit dem Jochi und ich bedauere das sehr. Also tut mir irrsinnig leid für ihn. Gesamtsieger der Rallye Monte Carlo wurden die Franzosen Didier Oryol und Berna Ocelli mit dem Werksland Schaddelta Integrale 16V. Heute Morgen um 9.20 Uhr in Monte Carlo. Die Gewinner werden begeistert gefeiert. Auf Rang 2, 52 Sekunden zurück, die Spanier Carlos Sainz und Luis Moya mit einem Werks Toyota Celica. Dritter Titelverteidiger Massimo Biasong aus Italien auf Lancia. Der schönste Lohn für Didier Oryol trotz Sekt und Begeisterung dieser Augenblick. BS Jaip scale Vander Oryol Duier Oryol trotz sahen Der leere Elle dog出ina Wo den contracur Christine izada Herr Oryol igh sare und